Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Star Wars Basis Gaming, wieder in Battlefront 2 und wieder mit dem Kalli von der Dringestories. Sehr gut Freunde, willkommen zurück bei einer weiteren Folge von 10.000 Folgen, die noch nicht existieren. Ja, ein herzlichstes Hallo. Ich bin die Prinzessin und das ist mein großer Bruder, kleiner Bruder, ich weiß das gar nicht. Ich glaube zuerst wurde Luke gebaut, aber egal. Alter, das ist aus, als ob du gerade so einen Handstand so gemacht hättest. Handstand, ups. Ich habe keine Ahnung, wo die sind, aber ich bin auch irgendwie noch darauf gepolt, dass Maul nicht blocken kann, aber kann er ja jetzt. Aber ich glaube, Palpatine kann wirklich nichts machen, um zu blocken. Warte, die kommen von hier hinten. Der Maul kann uns werfen. Geilste Map auf jeden Fall hier. Ja, absolut. Schmeiß die mal runter. Oh, da. Nein, ja, ja, das war ich. Ich bin tot. Fängt gut an, ich hasse die. Ich habe auch keinen runtergeschmissen. Ja, du hast Maul. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Er ist runtergefallen. Wunderschön. Hau ihn weg, hau ihn weg. Luke gegen Imperator, das ultimative Duell. Ja, hinter dir. Uh, wehre dich. Ne, vor dir, vor dir noch. Hinter dir. Schmeiß ihn weg. Ah, schön. Oh, der fliegt. Lass ihn durchs Mondtor fliegen. Huh. Yeah. Ja. Hast du ihn mit zwei, drei Schlägen fertig gemacht? Okay. Ja, sehr. Easy. Okay. Ich nehme mal Ray. Ich weiß, Anakin wäre wahrscheinlich die bessere Wahl, aber ich komme auf Anakin nicht klar. Weder ihn zu spielen, noch... Dann nehme ich ihn. Oh, Gott. Okay. Huhu. Okay. Nehmen wir mal Ray. Die habe ich auch nur auf Level 8. Die müssen wir sowieso mal aufleveln hier. Oh, ne Witz, Alter. Ich carry dich hier durch, Alter. Ja. Nur die Kills, nur 1000 Punkte. Ja. Ja, dagegen kann man halt auch nichts machen. Maul und Dooku. Okay, Dooku kann wenigstens nicht... Ja gut, der kann mit seinem Machtblitz so ein bisschen so... So, pfff, und dann fliegst weg, aber... Nervigst. Aber lass dich nicht wieder runterschmeißen. Ne, ich werde es versuchen. Ah, der Maul hat sich schon gerade selbst umgebracht, oder? Der ist auf jeden Fall... Der ist auf jeden Fall noch im Spiel, also es ist nicht so, dass er... Äh... Dass er jetzt gelieft wäre. Kann hier auf der Map passieren, ist mir auch schon passiert, aber eigentlich nur so in Streams oder so. Wenn ich dann, wenn ich auf den Chat achte oder quatsche oder so, dann passiert das schon mal. Lass mal hier raufspringen. Jetzt mach mal aus hier, die Kacke, du. Jetzt ist ja genug gespielt. Ne, er ist ja noch im Game drin. Ja, vielleicht müssen wir den Müll runterbringen, oder so. Ja. Wo ist der denn? Keine Ahnung, der versteckt sich. Ich denke mal, der versteckt sich irgendwo. Ich geh mal rein. Oh Gott, ich seh hier nix. Oh. Hat aber lange dauert, dass ich hier meine Augen... Ja, aber er war auch so dunkel, ja. Ah, ey, warte da. Hatte ich ihn auf der Map. Ah, da hinten, ja, ich seh's. Hier. Wo ist der denn? Da, hier unten. Links hinten. Hinten da ist er, da soll ich's sehen. Oh, hab ich ihn noch gekriegt mit dem? Ja, schön. Mich selbst auch. Meine Güte, war ich... Ich hab nichts gemacht in dieser Runde. Ich hab aber auch keine Punkte gekriegt, das ist doch Kacke. Ich nehm jetzt die, oder? So. Ah, ja, jetzt ist der auch komplett weg. Jetzt müssen wir aufs Balancing der Teams warten und dann gewinnen wir wahrscheinlich einfach wieder, weil keiner nachschreibt. Meine Güte, Battlefront 2, das läuft momentan, das Spiel läuft. Das läuft, ja. Boah, ist das nervig. Mann. Naja, im Moment war die erste Runde spannend. Ja, unglaublich spannend. Ja, für mich. Vor allem hab ich so viel geleistet momentan hier. Ui, 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 ui. Falls ihr Kalli übrigens nicht kennt, um mal kurz Werbung zu machen, ihr erreicht ihn auf YouTube über der Headringer-Stories und auf Twitch streamt er auch momentan regelmäßig. Ja, einfach. Bei einfach nur Kalli. Aber ihr müsst das alles ausschreiben. Einfach nur und dann, ich glaub, unterstrich Kalli. Ja, ja, ja. Das ist so schön verwirrend immer. Ja. Ticken die wenigsten. Kalli möchte nicht, dass irgendwer ihn sieht, deswegen... ...versteckt er sich unter diesem Namen. Ja, genau, das ist mein Deckmantel, das keiner, weil ich mach immer mit Facecam, das darf dann keiner wissen. Ja. Unter dem Deckmantel einfach nur Kalli. Naja, ich hab meinen Fidget Cube wenigstens wiedergefunden, den ich irgendwie jetzt seit einem Heimian nicht gefunden hab. Weil ich ten Fidget Cube, also? Und jetzt kann ich hier das hier machen. Ich hab nen Kugelschreiber. Ja, würde auch funktionieren. Ich glaube, das ist genau dasselbe. Wie viel hast du dafür bezahlt? Den hab ich geschenkt gekriegt. Hier sind halt so Schalter dran, die man betätigen kann. So Sachen, die man drehen kann. Ja, das kann ich so ein Kugelschreiber auch. Ich kann meinen Kugelschreiber drehen. Ich kann meinen Kugelschreiber noch drehen. Ich mein, hier sind so Knöpfe drauf, die man... Dann ist hier so eine Metallkugel, die man so... Und dann eine andere... So Räder, die man so... Weißt du, was ich noch krasses mit diesen Kugelschreiber machen kann? Ich kann damit schreiben. Was? So, was geht? Wenn ich richtig krass Langeweile hab, dann schreib ich oder male ich irgendwas damit. Einfach so. Nein, aber ich mag diesen Schalter immer zu betätigen. Nur das Problem ist, wenn ich dann Videos aufnehme und den dann in einer Hand hab und dann den Schalter die ganze Zeit mache, muss ich dann irgendwie fünf Minuten von den Aufnahmen, die ich hab, wegschmeißen und nochmal neu aufnehmen, weil ich nicht gemerkt hab, dass ich das gemacht hab die ganze Zeit. Ist auch überhaupt nicht nervig, ne? Für andere Leute. Doch, doch, doch. Die zuhören. Dann würde ich das auf jeden Fall nicht immer nehmen, dir bei den Aufnahmen liegen. Ja, aber das ist irgendwie, wenn ich Videos schneide oder so, ist das eigentlich echt cool. Wenn du schneidest, ja gut. Ja, nur dann halt, ich lieg's dann halt nicht weg, wenn ich aufnehme, ist das Problem. Ah, ja, das ist... Mann, ey. Meine... Oh, nächste Runde! Nächste Runde, what? Sol... Solaxenx. Solaxenx? Solaxenx oder Solaxenx? Also ich mein, Gerdos 88 kann man ja noch lesen, ne? Ja. Ist da, da, wo es passt. Tju, tju, tju. Moooooo. Yoda, 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 Yoda. Moll. Moll und weder. Ich nehm mal an, dass der Gerdos wieder der Moll ist. Warte mal. Ja, hab uns gewafft. Oh, nice. Auf die Macht, ich vertraue. Auf die Macht, er vertraut. Ja. Die Macht. Oh, da wäre ich fast runtergefallen. Das wollen wir ja jetzt nicht. Äh, oh, ja, da vorne sind Gegner. Ja, lass mal hier einfach. Ja, hier links. Hier links. So, diesmal lasse ich mich nicht runterschmeißen. Da ist Vader. Ich weiß nur nicht, wo Moll ist. Moll ist der schlimmere. Der schlimmere Finger. Ich hätte schwönen können, ich hab die irgendwo hinter mir gehört. Ich buffe dich nochmal. Danke. Wo sind die jetzt? Jetzt haben die sich wieder verkrochen. Ne, die sind beide. Ah, guck mal da. Da sind sie beide da oben. Moll ist rechts, Vader ist links gegangen. Ah ja, hier. Oha. Nein. Ich komm zu dir. Hä? Ich komm zu dir. Ich war halt jetzt bei Moll gerade, aber dann komm ich jetzt zu dir. Ach schon. Ja, komm. Wir fallen jetzt wahrscheinlich alle drei runter und keiner muss mehr irgendwas machen. Ja, haben. Hinter mir ist der Moll. Oh, er hat mich weggeschmissen. Nein. Ja, ich lebe, ich lebe, ich lebe. Ich hab ihn auch weggeschmissen. Warte, warte, warte. Ich buffe uns mal eben. Okay, ja, sehr gut. Und dann jetzt ihm folgen. Oh, komm schon. Ich versuche, ihn den Weg abzuschneiden. Der ist jetzt hier oben. Da oben. Mach schon. Oh, hat er abgewehrt? Ja, das kann ich aber auch abwehren, ne? Der wehrt hat ab. Ich hab ihn irritiert. Schön, schön, schön. Meine Güte. Oh. Oh, war zu schnell. Oh, oh. Oh, 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 oh. Ich wäre fast runtergefallen und das ohne sein Zutun. Ich geh mal anderen, den anderen Weg andersrum. Er hat mich weggeschmissen, er hat mich weggeschmissen. Also, er schubst uns weg. Ja, aber wer weiß, für wie lange. Der kann ja auch einfach wegrennen, ne? Der kann jetzt noch zwei Minuten weggrennen. Mann. Ich hab ihn wieder verwirrt. Der kann gar nichts mehr einsetzen. Komm schon. Ich buff uns nochmal. Autsch. Oh, oh. Ja, aber der hat mich reingeworfen. Das ist nicht so schlimm. Ich geh den anderen Weg. Ich geh mal hier außen rum. Der fuckt ja mega ab, ey. Weißt du, vor allem, wir sind ja zu zweit. Theoretisch müssten wir ja hier dorthin kriegen, den zu umranden sozusagen. Das ist eine Scheiße. Hab ich ihn? Nein, ich hab ihn da hängen. Ja, aber ich dachte halt, ich werfe ihn runter. Ich dachte, das wäre ein anderer Winkel. Wo ist er? Ja, wo ist er? Hier. Oh, nein. Oh, oh. Ich bin runtergefallen. Ich auch. Die haben uns beide getötet, Mann. Das ist so lächerlich. Es ist so lächerlich, ne? Ich nehm Yoda nochmal. Ich bin so unnütz, diese Runden. Diese, Mann. Das ist so nervig. Ich nehm mal was anderes. Ich nehm mal, keine Ahnung. Ich nehm mal, ein Solo. Oh, ich bin scheiße mit. Ich weiß nicht. Ich bin nicht so gut. Oh, jetzt hab ich random bekommen. Nein. Ich wollte noch schnell wechseln. Finn, der kann nix. Der kann nix. Also ich glaube, es gibt keinen so unbeliebten Helden wie Finn. Hallo? Was denn, hallo? Ich bin aber Profi. Ich kann das. Was kann der? Ich hab keine Ahnung. Ich spiel den nicht. Ich hab den, glaub ich, einmal gespielt, als der rauskam. Fand den kacke und seitdem nie wieder. Ich hab jetzt ne blaue Sicht. Ich nehm mal an, dass du das gemacht hast. Ich weiß aber nicht so ganz, warum. Ich auch nicht. Oh Gott. Ich glaub, wenn du, ach so. Ich wollte gerade sagen, wenn du nach oben auf dem D-Pad drückst, kannst du deine Fähigkeiten sehen. Aber du hast ja keinen Controller. Sprintgeschwindigkeit erhöht. Große Nummer. Hier, die stehen da beide und warten auf uns. Nee, gewitzelte Gesundheit. Ja, der Luku kommt. Hier, du müsstest die mal, du müsstest die mal beschießen. Wenn die da die ganze Zeit nur stehen und nichts tun. Nein, ich bin es dann. Ich hab Kylo geworfen, aber, ah, das hat nichts gebracht. Ich bin tot. Nein, ja, ich jetzt auch. Ich kann da nichts gegen machen. Die haben mich. Ist doch nicht wahr. Ich bin halt auch kein Yoda-Spieler, ne? Das ist das Problem. Ich nehm mal einfach Lando. Ich probier's mal mit Lando. Äh, oh Gott. Mein Spiel hätte jetzt sich jetzt fast verabschiedet, aber gut. Oh. Ja, aber wir werden das noch verlieren, ne? Tja, wir werden das noch verlieren. Der, der zu laxen nix, hat's anscheinend rumgerissen. Aber ich hab jetzt wenigstens wieder mehr Punkte. Naja, es geht so, aber ich hab halt auch nicht die Helden, die ich jetzt sonst so... Ja, mit Yoda spielst du doch oft jetzt, ne? Ja, ja, aber jetzt gerade den Dingens Finn auch aus Versehen gewählt, ist halt auch kacke. Oh, Bubba, Alter, nee. Oh Gott. Ah, kein Bock drauf. Naja, ich hab halt so eine, eine so eine, äh, Stungranate, die ganz gut ist, aber die ist halt noch nicht aufgelöst. Das heißt, die braucht lange zum Aktivieren. Die hält nicht lange an. Lass mal hier links gehen. Ist halt alles nicht perfekt. Da hinten ist Bubba. Ah, ich hab ihm schon ein bisschen was gezogen. Ah, ich bin geblendet. Ja, ich seh auch nix gerade, aber ich glaub, die sind hier nicht. Ähm, jetzt nur nicht, dass ich hier runterfalle. Okay. Das, was ich ihm gezogen hab, hat er jetzt wieder drauf. Und ich treffe kein bisschen. Auch gut. Ich weiß nicht, soll ich mal rangehen, oder? Ah, ist so ein bisschen... Aber die sind da beide noch. Warte, der Grievous kommt hier über links, glaub ich. Oh, ich bin schon wieder geblendet. Äh, bist du jetzt nicht mehr bei mir? Okay, du bist nicht bei mir. Nee, jetzt bin ich bei dir wieder. Warte, ich versuch den... Ja, wenn der Grievous hier näher kommt, kann ich meine Stungranate hier zünden. Theoretisch will ich den auch noch... Ja, jetzt stunne ich gerade beide. Oh. Ah, schade. Der Bubba Fett hat's überlebt und der Grievous war drauf gewappnet. Komm zurück, komm zurück, komm zurück. So kann ich dir nicht helfen, hier. Dem Grievous mach ich gerade ein bisschen Schaden, aber... Autsch. Der Bubba mir halt auch. Es ist so ausge... Oh, und dass der seine Dings so oft hat, ne? Das ist richtig nervig. Blendscheiße. Ja. Absoluter Blendscheiß. Da hast du recht. Also ich könnte versuchen, die von hinten zu holen. Ich weiß nicht. Ne, die sind jetzt beide nach rechts gegangen. Deswegen da von hinten, der will jetzt hier von der Seite kommen. Ich weiß nur nicht, ist das Bubba oder Grievous? Einer ist hier rechts, einer da links so. Ah, da war Bubba. Jetzt sind beide rechts. Der ist rechts über uns, glaube ich. Der Grievous, lass mal hier dann gehen. Oh, die dürfen nicht den Highgrund bekommen. Ja, absolut nicht. Wo sind die denn jetzt? Ich glaube, die sind hier reingegangen. Ah, da ist Grievous. Ja, und da ist auch Bubba. Bist du... Junge, was machst du denn? Was machst du denn? Nicht dein Ernst, ne? Oh Gott. Wir verlieren. Wir verlieren. Das kann ich sagen. Ich bin einfach runtergelaufen. Ich wollte springen, oder wie? Habe ich die Ernst, hast du nicht mehr gekriegt? Ich bin einfach straight runtergelaufen. Wir brauchen definitiv ein Rematch. Ja, trotzdem top, ey. Das war top von mir, einfach runtergelaufen. Boah. Also ich meine, ich habe ja selber nicht viel gerissen, ne? Aber... Mann. Ich hasse halt auch einfach diese Map. Das ist halt so die Sache. Man hat halt gesehen, am Anfang waren die Helden, die ich kann. Da habe ich rasiert. Und dann kamen die Helden, die ich nicht kann. Da war ich vorbei. Ich esse mir jetzt mal kurz was, Warte. Auf zur nächsten Runde. Ich will einen Rematch. Wir hatten sie noch dieselben. Ja. Ich bin gerade eigentlich noch am Essen, aber es geht auf in die nächste Runde. Ja, du hast den Mund voll. Du musst reichen. Marm, marm, marm. Oh, fast mal. Ja, ich habe mal fast mal genommen. Ich will mit der weiter aufleveln. Wenn die hochgelevelt ist, ist die eigentlich ganz gut, glaube ich. Na gut, immerhin hat man hier nicht wieder dieses Scheiß runterschmeißen. Na ja. Ich hau mal den Turm, glaube ich, direkt hier in die Mitte hin. Okay, interessant. Wir können gerne auch weitergehen, aber dann können wir uns da hin zurückziehen. Das Hahn, dem habe ich schon ein paar Treffer verpasst. Ich sehe aber auch, siehst du gerade oben, welche Gegner wir haben und wie viel Leben wir haben? Müsste man ja da eigentlich sehen, sollte man da eigentlich sehen. Ja, ja, Obi-Wan, Obi-Wan. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Ich habe ihm auch was reingegangen. Der Hahn versucht mich gerade von der Seite zu kriegen. Ich habe Obi, ich habe Obi. Ja. Na toll, dann müsste ich gar nicht mal den Turm von ihr, brauche ich hier gar nicht gerade. Der haut hier, oh Gott. Ich liege hier quasi in seiner Denkst, jawohl. Nice. Das lief ja jetzt mal sauber. Ich überlege gerade, ob ich, na komm, ich nehme mal Eiden. Die nächste Fernkampfheldin. Oder Shokin in dem Fall. Ja, du bist halt der Fank, ich bin halt, äh, der Nahkampf. Ja, also ich meine, mit Kylo würde ich vielleicht auch noch klarkommen, den hast du jetzt gerade. Mhm. Weil nicht, und Vader ist, glaube ich, noch ganz gut, den habe ich auch relativ weit hoch gelavellt. Ja. Wen nehmen die? Lando und Anakin, interessant. Hm, interessant. Very interesting. Könnt ihr mal hier erst mal versuchen zu snipen, mit meinem Sniper, vielleicht bringt das was? Weiß gar nicht, wie stark das gegen Helden ist. Ich kann versuchen, die zu stunnen, also wenn so doof stehen, sag ich mal, dann kannst du das aufballern. Ah, warte mal, die sind hier direkt da hinten. Meine Waffe wird aufgeladen. Oh, nein. Vielleicht kann ich gleich rüberziehen, wenn die nochmal rauskommen. Ja, ich glaube, ich nehme auch gerade einfach zu viel Schaden, ja. Naja, okay, ich lasse es mal mit dem Snipen sein. Naja, nimm nicht zu viel Schaden. Boom. Ja, stimmt, du kannst ja auch eh machen, ne? Ja. Das Problem ist, ich habe jetzt schon ordentlich Leben verloren, gerade. Hier, hier gestunt. Ah, schön. Ich auch nochmal gestunt? Nice. Jetzt von oben in Lando. Hä, habe ich ihn runtergeschmissen? Nee, nee, er ist hier. Jawohl, wird der Aiden aufgelevelt und den Kee gekriegt. Ja, das läuft doch mal besser hier. Äh, ich nehme Vader. Mal nicht Bosk. Hm? Wird schwierig hier. Wir können das Palpatine mal versuchen. Ansonsten kriegst du gleich Random oder Grievous oder so, keine Ahnung. Äh, ich war auch doof. War auch doof. Ah, doof, okay. Der Palpatine bin ich richtig, also auf den komme ich gar nicht klar. Ja, ist auch nicht so meiner. Kann ja auch überhaupt nicht leiden, so. Anakin und Yoda, interessant, interessant. Okay, jetzt müssen wir aber beide mal ein bisschen näher ran. Und war das denn über Land? Konnte man wechselt jetzt offensichtlich den Lichtschwert und schnell mit stärkeren Angriff? Mit dem einen schwächst du den und mit dem anderen stärkst du deinen eigenen Angriff. Und dann hast du noch so'n... Ja, Blitz. So'n Dingens. Ja, ja, ja. So'n Blitz. Die sind hier direkt. Ach, schade. Ich verstehe nicht, warum die sich da hinten zurückziehen wollen. Hier? Ah, schade, ich hatte nur Yoda. Habt ihr gestunt? Habt nur... Schön. Au. Hab ihn? Ja, ich auch den. No. Pfff. Easy. Das war ja easy peasy. Du musst doch nicht richtig gehört haben, ne? Nimm ernst, ich. Nicht mal 100 Punkte, Alter. Jawoll. Ja, war ausgeglichen, würde ich sagen. Das war eine ziemlich perfekte Runde, würde ich sagen. Und somit auch ein guter Abschluss für dieses Let's Play. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Schaut mal bei Kalli vorbei. Und ansonsten einen wunderschönen Tag euch allen noch. Und bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschö.